Valentin Lusin fehlt bei Let's Dance Baby News als Grund Liebe Community, hier sind die neuesten Updates zu Valentin Lusins Fehlen bei Let's Dance. Scheinbar steht eine süße Überraschung bevor und seine Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen verrät, wie sie sich fühlt. Hey Leute, habt ihr gehört? Valentin Lusin wird heute Abend bei Let's Dance nicht dabei sein. Und der Grund könnte herzerwärmender nicht sein. Es wird spekuliert, dass sein süßes Baby das Licht der Welt erblickt hat. Ann-Kathrin Bendixen wird mit dem talentierten Mika Tartakin an ihrer Seite auftreten und hat bereits ihre Gedanken zu diesem Partnerwechsel geteilt. Ann-Kathrin Bendixen ist nicht nur eine großartige Tänzerin, sondern auch eine unglaublich herzliche Person. Sie hat uns auf Instagram Einblicke gegeben, wie sie über die Veränderungen denkt. Ihre Worte zeigen ihre Freude und Unterstützung für Valentin und seine Frau Renata in dieser aufregenden Zeit. Und wisst ihr was? Sowohl Ann-Kathrin als auch Mika haben sich in einer süßen Videobotschaft gemeldet, um ihre Wünsche für das glückliche Paar zu teilen. Es ist so schön zu sehen, wie sehr sie mitfiebern. Bislang haben wir noch keine offizielle Bestätigung von Renata und Valentin erhalten, aber wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden. Es gibt nichts Aufregenderes als Baby News, oder? Lasst uns alle gemeinsam für das frischgebackene Elternpaar die Daumen drücken und weiterhin diese tolle Tanzshow genießen.